Mein Name ist Adrian und in diesem Video geht es um unterschiedliche Steuerungsmöglichkeiten für sogenannte PTZ-Kameras. PTZ steht für Pan, Tilt und Zoom. Das heißt, wir haben hier motorisierte Kameras, die bestimmte Positionen abspeichern können, um sie danach wieder abzurufen. So können wir die Kamera komplett aus der Ferne steuern und eben auch mehrere Kameras von einem Arbeitsplatz steuern. Der spannende Punkt an dieser Stelle ist im Hybrid-Einsatz, bei Livestreams, auf Veranstaltungen, bei Events, aber natürlich auch im Studio-Einsatz. Also überall da, wo nicht unbedingt eine Person direkt bei der Kamera steht, um sie führen zu können und ein Operator gegebenenfalls auch mehrere Kameras betreuen soll. Die Frage ist nur, wie steuert man das Ganze denn dann? Denn bei einem Camcorder, bei einer Cinema-Kamera, einer Spiegelreflex, da haben wir ja die Möglichkeit, das Ganze über ein Display, die Einstellungen vorzunehmen. Wir haben meistens auch Touch-Displays bei den neueren Kameras. Darüber können wir alles einstellen, Buttons an der Kamera und viele weitere Features, wie beispielsweise direktes interne Recording oder eben auch die Möglichkeit, akkubasiert zu arbeiten. All diese Funktionen haben wir bei PTZ-Kameras in der Regel nicht. Und da bleibt auch die Frage, wo ist dann der entscheidende Vorteil in bestimmten Einsatzszenarien? Und wenn wir uns jetzt mal das einfachste Setup vorstellen, dann nutzen wir eigentlich im besten Fall einfach diese Fernbedienung. Denn einfacher wird das Setup nicht. Wir haben die Fernbedienung in der Regel im Lieferumfang der PTZ-Kamera dabei. Sowohl jetzt hier bei teureren Canon-PTZ-Kameras als auch bei günstigeren Kameras kann ich gerne unten verlinken. Da ist eine Fernbedienung dabei. Und mit dieser Fernbedienung kann ich jetzt relativ einfach diese Einstellungen vornehmen. Es ist aber auch mit diesen Pfeilen hier nicht ganz so leicht, dann die genau richtige Position zu treffen, die ich gerne hätte. Und vor allem ist es mit diesem Drehkreuz hier während der Veranstaltung nicht zu empfehlen, unterschiedliche Positionen nochmal fein zu justieren. Dafür würde ich diese Fernbedienung hier wirklich nicht verwenden. Aber wenn man in der Situation ist, dass man sagt, ich möchte ein super simples Setup, ich möchte parallel zu meinem Referieren beispielsweise noch die Kameras steuern, dann kann ich mir unterschiedliche Positionen hier abspeichern auf diesen Zahlen hier oben und dann einfach einmal zur Kamera hindeuten, denn es ist infrarot. Wir müssen wirklich zur Kamera hindeuten und dann eben die entsprechende Position anfahren. Das ist die einfachste Variante vom Setup-Prozess, aber natürlich auch an manchen Stellen ein bisschen fummelig-friggelig. Vor allem dann, wenn ich jetzt mehrere Kameras einsetzen möchte, vielleicht auch Kameras mehrerer Hersteller, dann wird es immer und immer schwieriger. Jetzt bei den Kameras hier zum Beispiel habe ich unterschiedliche Modelle, kann es aber über eine Fernbedienung immer noch abbilden. Was wäre denn jetzt der nächste Schritt, wenn ich beispielsweise nicht nur Positionen anfahren möchte, die ich im Voraus mit der Fernbedienung festgelegt habe, sondern das eben auch in der Live-Situation ein bisschen steuern möchte, die Kameras, dann ist es sinnvoll, seine Kamera an ein Netzwerk anzuschließen. Es ist häufig so, dass die Kameras über das Netzwerk auch mit Strom versorgt werden können. Das heißt, ich habe ein Netzwerkkabel, ein Cut-Kabel, das kann ich anschließen an die Kamera und eben an einen Switch. Und dieser Switch ist im besten Fall eben ein PoE-Switch, sodass ich kein zusätzliches Netzteil für die Kameras brauche, sondern über dieses Netzwerkkabel nicht nur die Steuerung läuft, sondern eben auch die Stromversorgung. Und das ist natürlich spannend, sowohl im Studioumfeld, aber vor allem eben im Hybrid, im Umfeld eines Events, dass ich da eben theoretisch nur ein Kabel zur PTZ-Kamera legen muss. Warum theoretisch nur ein Kabel? Natürlich habe ich auch noch die Möglichkeit, weitere Videokabel als Videoausgänge von der PTZ zu meiner Bildregie zu legen, aber ich kann eben bei bestimmten Kameras auch das übers Netzwerk laufen lassen, beispielsweise über NDI kann ich dann auch Audio und Video von der Kamera über das Netzwerkkabel abgreifen und so brauche ich wirklich nur ein Kabel. Was ist jetzt wichtig? Es ist wichtig, dass diese Kameras und die Geräte, mit denen ich dann die Kameras steuern möchte, in einem IP-Kreis sind. Das heißt, die müssen sowohl alle hardwaremäßig an einen Switch angeschlossen werden oder an mehrere Switches, die eben miteinander verbunden sind und sie müssen eben in einem IP-Kreis sein. Und da absolute Empfehlung, macht euch eine statische IP, über die ihr dementsprechend mit dem Controller, mit dem Stream Deck und den unterschiedlichen Möglichkeiten, die ich noch aufzeigen möchte, dann immer die Kamera unter der gleichen Adresse auch erreichen könnt. DHCP ist quasi die Alternative. Hier wird von einem Router der Kamera eine Adresse zugeordnet und dementsprechend ist das nicht unbedingt immer die gleiche Adresse, mit der ihr dann auf die Kamera zugreifen könnt. Aber wenn ihr das jetzt geschaffen habt, ein Netzwerk, wo unterschiedliche PTZ-Kameras mit drin sind, habt ihr jetzt eben die Möglichkeit, in dieses Netzwerk auch Steuerungsgeräte mit zu integrieren, die durch das Netzwerk dann auf die Kamera und die unterschiedlichen Einstellungen zugreifen können. Ich habe jetzt hier einen PTZ-Controller von Canon. Das ist einfach eine Möglichkeit, die quasi sehr nah dran ist, vom Hersteller mit diesen PTZ-Kameras quasi in Kombination gedacht. Das gibt es bei unterschiedlichsten Herstellern, dass es eben solche PTZ-Controller spezifisch für bestimmte Kameramodelle gibt. Aber man muss auch grundsätzlich sagen, es gibt Standard-PTZ-Controller, mit denen ich diverse Kameras eben auch ansteuern kann und auch diverse Hersteller hier mit integrieren kann. Hier habe ich jetzt diesen Canon PTZ-Controller, einfach weil er sehr gut auf meine Canon PTZ-Kameras abgestimmt ist und ich habe hier auch tatsächlich ein großes Touchscreen-Display, wo ich die Möglichkeit habe, die diversen Kameraeinstellungen, wie die Blende, den ISO, den Weißabgleich, all das kann ich jetzt hier an dem Touchscreen vornehmen und nicht nur für diese Kamera, sondern auch für diese und für diese und für diese. Ich glaube, 99 Kameras sind hier laut Hersteller sozusagen möglich. Das wird man nie ausreizen, aber man hat damit die Möglichkeit, diverse Kameras von einer Position zu steuern. Und das kann man sich jetzt so vorstellen, dass man eben in der Bildregie sitzt mit seinem Controller und dann eben nicht mehr von Kamera zu Kamera gehen muss, um sie in die richtige Position zu bringen, aber auch nicht mehr von Kamera zu Kamera gehen muss, um die richtigen Einstellungen zu wählen. Und gerade dann, wenn ich eben hingehe und sage, ich habe mehrere Kameras in so einem Setup, dann möchte ich natürlich auch die Kameras von der Helligkeit und so weiter aufeinander abgleichen. Und wenn ich jetzt in meiner Regie sitze, mit diesem Controller vor mir, habe ich es leicht, dann eben die Einstellung bei den unterschiedlichen Kameras vorzunehmen. Der PTZ-Controller hängt weiter als Netzwerkgerät mit in dem Netzwerk drin und hat dann eben die Möglichkeit, hier zu hinterlegen, die unterschiedlichen IP-Adresses von den Kameras, so dass ich dann auf die eine und auf die andere Kamera zugreifen kann. Und ich kann das gerade mal zeigen. Ich habe dann eben die Möglichkeit, hier mit dem Joystick die Kamera eben zu steuern und habe hiermit sehr viel präziser die Möglichkeit, das zu steuern. Ich habe hier noch eine Zoom-Wippe und ich kann eben auch mir unterschiedliche Positionen hier ablegen. Ich kann hier gerade mal auf eine Position drauf fahren und ich kann hier bei den Canon PTZs auch sagen, in welcher Geschwindigkeit soll die Position denn beispielsweise angefahren werden, um dann auch bestimmte Übergänge schaffen zu können. Und so haben wir eben die Möglichkeit, hier die Kameras aus der Ferne zu steuern. Ein weiterer Punkt ist, ich kann natürlich auch mit den ganzen Einstellungen im Browser arbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt einen Computer angeschlossen habe, auch an mein Netzwerk und ich gebe in einen Browser, beispielsweise nutze ich gerne Google Chrome hier in dem Fall und gebe dann eben diese Domain, diese IP-Adress ein in der URL-Leiste sozusagen im Browser, dann finde ich die Kamera in meinem lokalen Netzwerk und kann mich dann auf der Kamera anmelden. In den meisten Fällen habe ich hier nochmal einen Login-Prozess, sodass auch nicht jeder, der im gleichen Netzwerk ist, auf die Kamera zugreifen kann. Und hier bekomme ich sowohl ein Live-Bild von der Kamera als auch die diversen Einstellungen. Und natürlich kann ich auch hier unterschiedliche Positionen festlegen und abrufen. Also das ist auch eine Möglichkeit, habe ich in der Regel auch, wenn ich live mit den Kameras arbeite, am Computer offen, in unterschiedlichen Tabs die unterschiedlichen Kameras, sodass ich, falls irgendwas passieren sollte, der Controller nicht mehr sich verbindet oder was auch immer, habe ich dann damit trotzdem noch die Möglichkeit, die Kamera weiter zu steuern. Das heißt, für mich ist das so ein bisschen, erstmal ein Grundsetup vielleicht reinkriegen, bestimmte Standardeinstellungen vornehmen, wie was habe ich für eine Framerate, was will ich für eine Auflösung, all diese Geschichten, die kann ich wunderbar in dieser Oberfläche machen. Alles, was während der Show mobil sozusagen passieren soll, das ist dann schöner, hier spontan eben mit dem PTZ-Controller zu machen oder generell mit solchen PTZ-Controllern zu machen. Nun ist es aber so, so ein PTZ-Controller kostet einiges. Und in vielen Fällen braucht man vielleicht gar nicht so diese unterschiedlichsten Einstellungen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin in einer gewissen Studioumgebung, da habe ich bestimmte Positionen und da muss ich jetzt nicht in einer Live-Situation auf einer Bühne nochmal neue Positionen festlegen, Kameraeinstellungen ändern und so weiter, dann kann es auch vollkommen ausreichend sein, mit einem Stream Deck zum Beispiel zu arbeiten. Das habe ich hier auch, das ist jetzt die XL-Variante, Elgato Stream Deck und auch dieses kann ich so konfigurieren, dass ich eben die unterschiedlichen Positionen auf der Kamera hier ansteuern kann oder mir auch eben entsprechend die Möglichkeit hier drauflege, mit Pfeiltasten die Kamera auszurichten, zu positionieren, Speeds festzulegen, Weißabgleich, ISO, Blende zu ändern, all das ist auch mit so einem Gerät hier möglich und auch für diverse Kameras, also auch für Kameras anderer Hersteller und auch für andere Technik. Also ich kann ja beispielsweise hier drauf dann auch ein ATEM Mini oder meine Bildregie oder andere Netzwerkgeräte steuern, was hier natürlich nicht so einfach möglich ist. Bei Drittherstellern von PTZ-Controllern ist das dann schon eher möglich, dass auch andere Netzwerkgeräte damit gesteuert werden können und nicht nur PTZ-Kameras, aber hier haben wir quasi die komplette Spielwiese, hier können wir fast jede Software eben entsprechend mit integrieren in so ein Stream Deck. Wie macht man das jetzt mit dem Stream Deck? Weil das Stream Deck hat ja jetzt hier USB-C, da kann ich jetzt nicht hingehen und sagen USB-C Dongle zu Netzwerk und dann einfach an meinen Switch ran. Hier brauche ich einen Computer dazwischen und ich nutze dafür einfach mein MacBook. Da habe ich quasi per USB wie eine externe Tastatur meinen Stream Deck angeschlossen und mein Computer hängt dann in diesem Netzwerk mit drin. So, jetzt muss ich natürlich noch eine Schnittstelle softwaremäßig machen und das mache ich mit Bitfocus Companion. Bitfocus Companion ist die Software, wo ich dann eben unterschiedliche Module als Integration installieren kann für unterschiedliche PTZ-Kameras, sodass ich mir dann Steuerungsbefehle auf die einzelnen Buttons drauflegen kann. Wer da tiefer rein möchte in das Thema Bitfocus Companion, wie setze ich das grundsätzlich auf, wie steuere ich auch damit ein ATEM Mini, der kann sich gerne unseren ATEM Mini Videokurs anschauen, weil natürlich wir müssen diese ganzen Bildsignale auch in eine Bildregie geben, um dann ein Programmsignal zu mixen, was in Livestream, in die Videokonferenz, ins Recording geht und genau dafür ist es dann auch sinnvoll, sich eine komplette Infrastruktur zu bauen, beispielsweise hier eben mit so einem Stream Deck, wo viele Sachen auch automatisiert werden können, sodass ich zum Beispiel sagen kann, bitte schalte auf Kamera 2 um, aber nicht nur umschalten, sondern bitte auch neue Positionen anfahren und bitte auch erst dann umschalten, wenn die neue Position angefahren ist. Und so kann man hier viele Automatisierungen auch vornehmen, wenn du da eine direkte 1 zu 1 Beratung haben möchtest, schreib uns gerne eine Mail, der Kontakt dazu ist unten in der Videobeschreibung. Und das ist quasi so die Möglichkeit, mit der man dann im Netzwerk sehr viele unterschiedliche Geräte steuern kann und wo man auch eine recht kostengünstige Lösung findet, weil die Streamdecks eben in einer großen Stückzahl hergestellt werden, verhältnismäßig deutlich günstiger sind als eben so ein PTZ-Controller. Man muss aber auch bedenken, ich brauche einen Computer dazwischen, ich brauche noch weitere Technik dazwischen und ich habe eben hier auch nicht so ein Touchscreen, wo alles als Menü schon vorbereitet ist von Canon und ich einfach dann hier diese Hardware anschließen kann und loslegen kann. Natürlich brauche ich aber trotzdem in dieser Situation dann Hardware und wer hardwaremäßig noch mal weniger investieren möchte und trotzdem dieses Controller-Feeling haben möchte, der kann zumindest bei NDI-Kameras auch sich da schlau machen, welche Steuerungsmöglichkeiten habe ich denn per NDI mit meiner Kamera. Gerade die günstigeren Kameras haben häufig nicht NDI direkt mit verbaut. Jetzt bei den Canons ist es zum Beispiel so, da muss man immer dann schauen, welche Kamera unterstützt NDI als Netzwerkprotokoll. Darüber kann ich mir sowohl mein Video ziehen, als eben auch Einstellungen an der Kamera vornehmen. Und da gibt es beispielsweise mit dem NDI-Studio-Monitor die Möglichkeit, hardwaremäßig kleine Geräte anzuschließen, die noch mal günstiger sind, wie beispielsweise hier einfach so ein Joystick, so ein Gaming-Controller. Mit diesem Gaming-Controller, nun um das noch mal zu sagen, habe ich es bisher noch nicht ausprobiert. Ich habe bisher nicht die Zeit gefunden, dass dieser Gaming-Controller jetzt mit dem NDI-Studio-Monitor zusammen funktioniert, aber ich habe ihn beispielhaft hier mal hingestellt. Es gibt diverse Videos online, wo man sich anschauen kann, wie es über NDI, über dieses Protokoll eben auch funktioniert, eine PTZ-Kamera zu steuern. Und das sind so diverse Möglichkeiten. Ich gehe noch einmal im Schnelldurchlauf durch. Wir haben zum einen die Möglichkeit, das einfach mit der Kamera Fernbedienung zu machen. Die wird in der Regel mitgeliefert. Ich brauche kein Netzwerk, nichts. Das geht über Infrarot. Und ähnlich wie am Fernseher kann ich dann meine unterschiedlichen Positionen quasi abspeichern und dann meine Kanäle in Anführungszeichen abrufen, die unterschiedlichen Positionen. Dann kann ich natürlich das Gerät auch ins Netzwerk bringen. Da ist es hilfreich, wenn ich ein PoE-Netzwerk-Switch habe und eben auch meine Kameras PoE unterstützen. Dann brauche ich keine Netzteile mehr für die Kameras, sondern kann darüber auch die Stromversorgung machen. Meine Kameras haben vielleicht auch NDI oder ein anderes Netzwerkprotokoll, wo ich auch das Bildsignal über dieses Kabel laufen lassen kann. Da brauche ich natürlich auf der anderen Seite auch einen entsprechenden Empfänger, um zu überlegen, okay, wie wandle ich dieses Bildsignal um. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, PTZ-Controller ins Netzwerk mit reinzuhängen, die Möglichkeit, einen Computer mit ins Netzwerk reinzuhängen, wo ich über die IP-Adress der Kamera, die im besten Fall eine statische IP-Adress ist, das eben einmal abrufen kann, mein Bild auch übertragen bekomme und eben die ganzen Einstellungsmöglichkeiten habe, direkt im Browser am Computer. Oder eben die Möglichkeit, das Ganze per Bitfocus Companion mit einem Stream Deck zu steuern oder per NDI-Studio-Monitor bei NDI-Kameras, beispielsweise hier auch mit so einem Gerät. Und aus der eigenen Erfahrung heraus, ich mache es in der Regel so, dass ich diverse Steuerungsmöglichkeiten habe. Man kann ja beispielsweise dann sich auch mit einem iPad statt einem Stream Deck eindecken mit Bitfocus Companion, das somit steuern. Man hat auch die Möglichkeit, eben eine Kombination zu nutzen. Ich mache es, wie gesagt, meistens so, dass ich sowohl den Computer offen habe, im Netzwerk mit drinne, weil ich ja sowieso darüber mein Bitfocus Companion auch laufen lasse, um grundlegende Einstellungen vorzunehmen. Zusätzlich habe ich dann hier diesen PTZ-Controller, um Einstellungen vorzunehmen während der Show. Und dann habe ich noch meinen Bitfocus Companion, wo ich eben die Möglichkeit habe, bestimmte Dinge zu automatisieren, auf dem Stream Deck auf einem Button abzulegen, ATEM Mini beispielsweise als Bildregie zu kombinieren mit meinen PTZ-Kameras. Und hier ist es eben auch sehr, sehr spannend, weil ich dann meine Buttons wirklich auch benennen kann oder mir von mir aus auch Bildchen hinterlegen kann, sodass ich dann sagen kann, okay, jetzt habe ich hier die Bildchen von allen Personen, die hier am Tisch sitzen, mit drin. Und dann kann ich einfach auf die Person draufklicken und die Kamera fährt auf die entsprechende Position. Ich muss mir keine Nummern merken, sonst irgendwas. Das heißt, hier kann ich schon eine sehr hohe Nutzerfreundlichkeit einfach auch herstellen. Aber es ist natürlich auch ein gewisser Programmierungsaufwand, sodass ich bei Shows hier auf dem Stream Deck meistens nur so 10, 15 Befehle oder sowas für die PTZ-Kameras, für die Canons habe, weil ich den Rest dann eben über den PTZ-Controller mache. Aber diese Funktion habe ich trotzdem gerne hier, weil ich sie dann eben kombinieren kann mit anderen Controls für andere Netzwerkgeräte. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video einen guten Einblick geben. Wenn ja, lass gerne eine positive Bewertung da. Wenn du weiter in das Thema Livestreaming, Videoschnitt live auch reingehen möchtest, dann schau dir gerne unseren ATEM Mini-Videokurs an, den ich in der Beschreibung verlinke. Und ansonsten, wenn du individuelle Beratung haben möchtest, geh gerne auch unten in die Videobeschreibung. Da findest du unsere E-Mail-Adresse, über die du dich gerne bei uns melden kannst. Und ansonsten hoffe ich, ich habe mit diesem Video hier weitergeholfen. Lass gerne eine positive Bewertung da. Wenn du noch Fragen hast, schreib sie in die Kommentare. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. 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 Bis dahin.